Nun, es wird ab 2021 darum gehen, für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte die Weichenstellungen vorzunehmen. Wir müssen unseren Wirtschaftsstandort in die Zukunft führen. Wir brauchen neue Konzepte für den technologischen Wandel. Wir müssen Arbeitsplätze überführen in Arbeitsplätze der Zukunft. Wir müssen den ländlichen Raum stärken. Wir haben sehr viele Aufgabenstellungen, um Baden-Württemberg weiter so erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und da geht es nicht nur darum, weiter so. Da geht es auch nicht nur darum, einfach so fortzufahren, wie man es bisher gemacht hat. Sondern man braucht Tatkraft, neue Ideen, neue Konzepte. Und deshalb glaube ich, dass neuer Schwung der Landesregierung und meiner Führung gut hätte. Also analog zu den Herausforderungen, die ich eben beschrieben habe, ist es, glaube ich, ganz entscheidend, den Technologiestandort weiterzuentwickeln, wirtschaftliche Grundlagen so aufzubauen, dass wir in die Zukunft positiv schauen können, den Wissenschaftsstandort, Wissenschaft und Forschung als zentrale Grundlage zu stärken. Brauchen wir eine Hochschulreform? Und natürlich auch die Frage, wie wir Stadt und Land, städtischen und ländlichen Bereich weiterentwickeln. Themen wie Wohnungsbau werden bei uns im Vordergrund stehen als erste Maßnahme. Wir brauchen eine Mittelstandsoffensive. Also es gibt genug zu tun, um dieses wunderbare Land Baden-Württemberg zukunftsfit zu machen. Ja, da arbeiten wir intensiv dran. Da bin ich jetzt ja seit gut drei Jahren in Verantwortung. Es geht darum, wieder Qualität und Leistungsfähigkeit in die Bildung zu bringen, Verlässlichkeit. Wir arbeiten intensiv daran, dass wir ausreichend Lehrerinnen und Lehrer haben. Da haben wir, wie alle Bundesländer, Nachholbedarf. Aber es geht darum, jedes einzelne Kind so zu fördern, wie es es verdient, wie es seinen Neigungen und seinen Vorstellungen entspricht. Ein gutes, differenziertes Schulsystem mit starken Schularten, einer freien Schulwahl und motivierten Lehrerinnen und Lehrer. Da haben wir eine gute Basis. Aber die Rahmenbedingungen müssen wir noch weiterentwickeln und da arbeiten wir dran. Das ist eine ganz entscheidende Zukunftsgrundlage für dieses Land. Und die Schülerinnen und Schüler von heute. Vielen Dank. Gerne.